Hallo ihr Lieben, und heute teste ich für euch Christmas World in der Villa Borghese. Schauen wir mal, was hier so los ist. Die Musik verspricht ja schon mal einiges, richtig? Das ist übrigens Filippo. Das ist mein Weihnachtslf. Der hilft mir heute. Da ist Matthias. Das ist der Weihnachtsmann. Der hilft mir auch. In den über 50.000 Quadratmeter großen Weihnachtsparadies sind unter anderem acht Weltstädte nachgebaut. Es gibt verschiedene Spielplätze, die Möglichkeit für tolle Fotos und schöne Weihnachtsaktivitäten. Foto, Filippi! In Willy Wonkas Schokofabrik teste ich erstmal eine heiße Schokolade. Super lecker! Es gibt zahlreiche Stände, an denen es leckere Köstlichkeiten gibt. Und die Großen, die freuen sich auf den heißen Glühwein. Ganz klassisch! Glühweinchen! Schlüschen! Insgesamt sechs Bühnen und tollen Weihnachtsspektakeln sorgen für eine gute Unterhaltung. In der Stadt New York gibt es eine tolle Eislaufbahn für Klein und Groß. Welle waren viel große, ja? Und hier! Nach Sonnenuntergang kommt man noch mehr in Weihnachtsstimmung durch die schönen Lichter. In London treffen wir auf einen Dschungel, der mich gleich als Assistenz engagiert. In zahlreichen Läden kann man Weihnachtlich shoppen. Wenn euch Christmas World gefallen hat, dann... Video liken! Kanal abonnieren! Und... Bon Natale! Tschü tschü! IsabarsIS looks live! Nicht vergessen... Coming soon... Das offizielle Weihnachtsvideo von... Deutschen Rümmerin! Wir sehen uns beim nächsten Mal.